Fröhliche Neuigkeiten Was gibt es Schöneres, als die Weihnachtsfeiertage am 23. Dezember mit der großen Let's Dance Weihnachtsshow einzuleuten? Fünf erfolgreiche Promis der letzten Staffeln treten mit den Tanzprofis in festlichem Ambiente gegeneinander an, und am Ende des Abends wird der Christmas Dancing Star 2022 gekürt. Alle Infos rund um die besondere Tanzshow gibt's hier. In dieser Konstellation standen unsere, Let's Dance, Stars noch nie auf dem Parkett. Bewertet werden ihre weihnachtlichen Tänze natürlich von der Jury aus Mozi Mabuse, Jorge Gossales und Joachim Jambi. Wer was und zu welchem Song performt, erfahren Sie demnächst auf rtl.de. Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer sind auch dabei. Neben den fünf Paaren, die um den »Christmas Dancing Star« Titel kämpfen, steht ein weiteres beliebtes Duo auf dem Parkett, Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova. Die beiden machen aber nicht nur die Tanzfläche unsicher, sie stehen auch unserem Moderationsduo Daniel Hartwig und Viktoria Swarovski zur Seite. Wann läuft Let's Dance? Die große Weihnachtsshow, RTL, zeigt das festliche Tanzspektakel am 23. Dezember ab 20.15 Uhr im TV. Natürlich können Sie die Weihnachtsshow auch online auf RTL plus im Livestream schauen. Nach der Ausstrahlung steht die Show auch zum nachträglichen Abruf bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020